Liebe Liquid der Hoodie? Ähm, selbst design Alright Was haben wir noch? Ähm Toll booth Das machen wir singe bitte eine wette chat sagt sie mod ich merke die stärkung wir machen nach dem rennen machen wir die wette 17 sekunden btf du sie lässt die leute bitten btf bt macht spaß wow die kopf legt all right easy clap race wins haben wir nicht ein race win noch mods bitte chat verspielt alles verspielt alles ist Zeit wir wir don't suck Der Super ist OP. Der Super ist das. Sie kommen. Sie kommen. Das Ding ist, es gibt auch einen Mod, der die Schwierigkeit erhöht von dem Game. Oh, fuck. Können wir es juridisch reinmachen? Aber da kann es auch sein, dass es unmöglich ist. Oh. Beer. Nee, komm nicht. Easy. Action, easy. Okay. Wir brauchen Bounty. Milestone Events. All right. Jet Police Chase. Da hin. Oh-oh. Orange Supra hat es gesagt. Die Polizei merkt sogar den, äh, den, äh. Die Kabel. So, wir brauchen vier Minuten Chase. Oh. Ich habe mich verloren. Jetzt. Zweikopf. Ziemlich wieder verloren. Jetzt. Die Chases sind so easy auf der ersten Stufe. Oh, man. Hass. Nein, komm. Wir sind im Helft Joint und haben die Abfahrt. Nein, komm. Ist doch da. Da. Wie kann ich mein Sheet-Level erhöhen? Ohne, dass ich die Kopf töte und den Chase abbreche. Warte, bis Stufe 3. Oh, oh. Ich komm schon wieder. Giga-Scan. Oh, man. Da ist er. Bald im Knast. Nein. Oh mein Gott, Sheet, die KI. Die fahren weg. Die fahren weg. Was ist denn das? Ich brauche 40.000 Bounty. So kriege ich doch keine Bounty. Da kriege ich nur Cash. Cash will ihn nicht. Ich will Bounty. Da hin, I guess. Ich muss auf der Stärkung warten. Brum, 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 brum. All right. All right. Radarverlässer. Oh, gibt Radarviel aufbauen, die? Stufe 2. Roger, Echo 22. Ich bin zusammen. Stufe 2. Er fällt einfach weg. Er fällt einfach wieder in die andere Richtung. Warum? Komm schon. Da ist er. Okay, drei Kops. Kiel. Kiel. Schatz, soll ich den Mod reinmachen, den der Spielsperr macht? Soll ich's reinmachen? Weil ich glaube, da sind auch die Betten spannender. Warte ab. Bummer. Aber dann Refund. Oh, es gab schon wieder eine Wette. Oh, es gab schon wieder eine Wette. Okay, ich brauche ein 4-Minuten-Chasing. Ich kriege kein 1-4-Minuten-Chasing. Ich kriege ein 1-4-Minuten-Chasing. Oh! Let's gooo! Was macht er? Er ist stuck. Oh mein Gott. Er wird schwerer, ja. Aber der Schwierigkeitsgrad increase bezieht sich auch auf die Rennen. Und die Rennen sind halt echt easy. Die sind insane easy. Ne, wenn halt dadurch so ein bisschen mehr Spannung reinkommt, wäre doch sick. Er ist wieder stuck. Holy shit! Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott! Das war so close. Ich war stark an diesen Baumstäben. Okay, wir müssen noch ein Polizia-Auto-Crash, dann haben wir den Milestone. Und das machen wir sooo. Das hier. Oh man! Er lebt! Eine Minute 30% liegt im Backup, komm ich ernsthaft. So, singen. Und tanke. Stürm! Let's go! Warte, immer noch nicht 7 von 8? Was sind 7 von 8? Oh, das. Ach, berühren! Ah, smart! Das war ein Big Donut. Er lebt. Okay, hier ist das Bus-Ding. Äh, was mach ich? Okay, hier ist das Bus-Ding. Äh, was mach ich? Rechts hoch, ich bin stark. Ich bin echt stark. Rechts hoch, ich bin stark. Rechts auf das Star. Wie gehe ich auf Star? Ja, ich bin echt auf Star. Ja, das ist auch. Ich bin auch da hoch. Ja, das ist das, was mach ich. Ja, Country-Chase. Ja, die sind nicht so. Da hoch! Ich bin auch da hoch. Hä? Und jetzt ist raus getappt Und jetzt steht Ah, fürs Zeitpump später Okay, dann evade ich, weil ich nicht hab's ja Alles gut zu wissen Ja, wo bin ich, hä? Wo ist er? Und? Easy aber jetzt haben wir es zack ist der matz ist auch sick warum ist ein guy drin was war das was glitsch er hat er hat 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 Ich könnte jetzt werden schützen. Oh. Super. Das war's. Easy. 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 Viel zu einfach. Easy. Insane zu einfach. Holy shit. Okay, weiter. Ich glaube, ich mach das... Das nächste Mal spiel ich das... Wattpeg rein. Das Game schwerer ist. Das so enhanced... Enhanced... Enhanced KI und alles. Ich starte falsch. Ich bin trotzdem... Oh. 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 Easy is so trash. Oh, sick. Okay. Easy shortcut. Alright. Okay. 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 Das haben wir so easy. As always. Perfect driving. Chat, no joke. Ich mach's mir zu einfach. Das Spiel ist viel zu einfach für mich. Alright. Gib den Auto. Bing. Drei. Drei. Chat, die Dreier-Taktik ist sick. Drei und zwei. Es ist immer drei und zwei. Eins. Chat, es war noch nie auf drei. Es war bis jetzt immer auf eins oder zwei. Es war nie auf drei. Es ist safe call drei. Achtung. So easy. Predictable. Okay, wir waren trotzdem wie eins. Was wäre unter der eins gewesen? Get a car you want out of impound. Oh. Das ist gut, wenn wir geschnappt werden. Ist das. Big Loo. Leistungstuning. Oh. Oh wow. Mitsubishi. Das ist schon sick. Alright. Chat, sind die Leistung-Upgrades gut? Sind die gut? Äh, wartet. Safe house. Bing. Sind die gut? Ist das worth? Ja? Okay. Einer hat ja gesagt. Rx8. Chat, Rx8 ist schon ziemlich sick. Was ist die zwei? Was ist das? Hey, was ist das denn? Shit, was ist das? Kann ich einmal mehr gebastelt werden? Oh. Oh, smart. True, wenn ich dreimal gebastelt bin, ähm. Bin ich weg. Nein. Oh. Shit, ich kann die Autos verkaufen. Sick. Bei der KI. Chat. Das Game hat die schwerste Polizei in jedem, in egal welchem Game. Das ist absurd insane. Nein. Doch. Halt no cap doch. Es ist so. Chat, check das aus. Können wir das Ding stärker machen? Oh, sick. Für mich genug Geld. Und Visuals, was haben wir? Ist eigentlich sick. Oh, wir haben Custom. Geht. Was? Pussy Mode. Was? Pussy Mode. Nur weil ich mein Auto tune, ist Pussy Mode. Oh, das ist sick. Chat, das ist sick. Chat, ihr seid nur am Cryen. No joke, ihr seid nur am Cryen. Das ist unglaublich. Ihr seid nur... Oh, das ist sick. Ihr seid nur am Cryen. Weh, weh, weh. Wir provozieren dich. Scheiße. Ja. No money. Chat, check das aus. Ich verkaufe meine Autos. Eww. Verkaufe ich. Verkaufe ich. Scheiß auf den. Scheiß auf den. Okay. Ich will so weiter tunen. Chat, ich will es weiter tunen und ich will mir den Schwierigkeitsmod reinmachen. Ich glaube, mit dem ist das insane schwer. Zack. Super Pro haben wir. Geht nicht. Geht nicht. Das. Turbo. Der kann nur einen Upgrade machen. Change Color. Nein. Chat, gelb ist die beste Farbe für ein Auto. Es ist so. Gelb und white. Eww. Ne. Nee. Und der jetzige ist gut. Spoiler ist echt gut. Gut. Eww. 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 Unser jetziges ist gut. Spoiler ist echt gut. Eww. 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 Turbo sick aus. Das Auto sieht no job turbo sick aus. Sehen so eine hässliche Karge sieht. Chat. Das Auto sieht fucking geil aus. Sind die blöd. Ich weiß ja. Das Auto in der Kompos sieht gut aus. Ja. Schwarz, Rot, Gold. Das sind unsere Farben. Alright. Eww. 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 Bis zum nächsten Mal.